Musik 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 Ja, warte, 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 warte Sheridan Tank Wie baut man den nun mal? Ach, das scheiß Bruder Krebel Ah, fuck Fuck Ich krieg den Krebel her Krebel Ich brauch Krebel, alter Gib mir Krebel Fuck Hm, warte, warte, fuck Okay Gibt's hier nicht Irgendwie ne Landschaft wo Krebel ist? Nein Nein Okay Was ist denn das hier für ne Landschaft? Ähm Ich geh einfach mal hier hin Puh, puh, puh Hier ist jetzt zwar Stein Was ist denn Dias? Ahhhh Don't stand dir So Aber das suche ich nicht, ich suche Krebel Bitte Bitte, danke Höh Krebel Wow Ich verscheiße fehlt eigentlich, Krebel Ich hab dich gesehen Hier Hier Okay Alles mitnehmen Auch wenn wir jetzt hier ein riesen Loch hinterlassen Ist mir scheißegal Wir brauchen Krebel Nö Vielleicht Hm Denkt ihr, man kann Weil da war ja der, der Die Lava-Anzeige Also wie voll Sozusagen die Power ist Denkt ihr, man kann da noch einen zweiten Tank hinstellen? Oder bringt's das nicht? Scheiße Scheiße, ich bin voll Ja komm, schmeiß mal das weg Das hab ich eh schon So Alles klar Geht's hier raus Wie lange denn? 1 Deck und 30 Das ist gar nichts Nimm mal das hier auch noch mit Alter Ohne Spaß, wir brauchen so viel Krebel Hier, weil ich hier in Hexit Wird eigentlich Krebel zu was Nutzbarem Aber im normalen Minecraft Was braucht man das? Für Wege? Wär für mehr oder nicht, oder? Uh Uh Ich weiß überhaupt nur Krebel im normalen Minecraft Nichts Für Nichts Ja Warte, diese Scheißdreck da So Wie bleiben wir denn? Hm Ich will noch ein bisschen wenig Ich will noch irgendwo Hier vielleicht? Nein Gib mir Krebel Ich will doch nur Krebel Warte, war hier was? Nee 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 Tambry Da ist nicht Ahja Äh Ich hab mehr OptiFine und Schädel reingepackt, können wir nicht mal machen ne da da sooo ok was noch ein bisschen scheiße ist sind die Licht Bugs bei Hexit und das war so sieht scheiße aus und war das der da? ne das war der da jaaa ja ich weiß auch nicht die Licht Bugs fragt mich nicht warum aber ich denk mal ich denk mal das ist durch ich hab keine Ahnung wie der Mod heißt aber das ist halt so hell macht also das ist halt alter Wotter Shit dass man halt nicht im Dunkeln läuft und dass halt die Fackel Licht spendiert kannst du schon wie das Ding heißt ok ich glaub hier ist vorbei mit Gravel ja das reicht glaub ich auch mal können wir getroscht nach oben wo ist zuhause hier ööö Tee Tee so Würde ich sagen, machen wir uns das so einen zweiten Tank. Oder wie das Ding heißt. Äh, I'm full. I'm very full. Obsidian von... Warte, wo habe ich Obsidian? Hey, habe ich keinen Obsidian? Warte, wo ist denn hier? Ähm, Flint, ich glaube hier, auch hier. Iron, Iron, Diamant. Okay, das andere brauche ich jetzt. Clay. Was brauchen wir noch? Sand. Ich bin ein wenig Sand. Sand. Cribble. Sand. Wow, geil. Haben die Kisten einen fetten Dance gemacht. Habe ich denn noch Platz? Ja. Okay, so viel was habe ich anscheinend doch nicht. So, hier ist nichts mehr drin. Toll, wo ist das hin? Einfach weg. Na gut. So, so, so und so. So, das heißt, jeder kriegt mal so 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, und 16. So, ähm, brauchen wir noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Kohle, ne, ein bisschen, äh, scheiße, was soll ich denn sagen? Ach ja, den Tank. Wollten wir ja, ups, wollten wir ja machen. Nein, falsche Tasche. Äh. So, äh, sie wird. Sie wird. Sie wird, denk, wo bist denn du? Ja. Ja. Acht, ich mach mal mit ein Glas. Fünf, so. Alles klar Lassen wir das mal schön hier braten Und es ist schon wieder Nacht Gibt's denn das? Hallo Oh ja, wir haben immer einen schönen Blick auf unsere Hier auf unsere Not-Outfits, auf unsere Rüstungen Ich hab einfach mal alle interessante Rüstungen einfach mal jetzt da hingeklatscht So, was passiert, wenn ich eigentlich war Kann mich einfach an den Dinger nicht mehr hin Doch Ähm Wett Schuhe, das ist ein Skelle Boah Stirbt doch So, äh Wenn ich das jetzt so mach und dann so Und jetzt diesen Scheiß da mit Lava-Fülle Haben wir keine Anzeige Höh Schlecht Untertitelung. BR 2018